Dann zeig doch einfach, dass der Bambel ist. Der Bambel ist schon weg. Der Bambel ist schon weg. Schreiben wir wieder rein. Wir haben einen Kugelschreiber. Ich hab ein Auto. Hat jemand von uns anruf? Hast du Schmerz? Nein, es ist im Auto. Ja, im Auto. Ich habe einen im Auto. Oh, mein so ein Auto. Nein, es ist im Auto. Schöne. Schöne. Olle, olle, die er vorstellt! Die Bambel ist in der Vier-Frau. Der hat auch schon auf meiner Oberweite mit seiner Sittenkannte. Ist alles drauf? Vielen Dank.